Hallihallo, herzlich willkommen zurück! Hallo! Hallo! Bob ist auch dabei! Und Bib ist dabei! Und der Jockrun ist dabei! Und der Cody ist dabei! Und wer ist nicht dabei? Der Chris, Bro! Tja... Die Lady Lahne... Das war doch mega geil, oder? Also hier ist immer noch ein Crystal Heart zu holen Ich... ich hol mir hier Graf... So eine Schleim-Mudi Ja, das Problem ist... Hier kann auch gerne mal jemand vorbeikommen Hier ist auch richtig geil Screentime, hab ich gehört Hier sind ungefähr 5... 6 Spinnen Und die sind ziemlich kacke Aber ich kann mal neun Gegnertypen sehen, also es lohnt sich Ich komm bestimmt gerne vorbei mit meiner Minusrüstung Ja, ich steh sicher Das ist nicht das Problem Also wenn ich... Wir müssen unsere Gänge mal besser bauen Kann doch nicht sein, dass wir irgendeinen Gang haben Ah, was ist das denn? Ich bin jetzt völlig überrascht Kurz über ihm werde ich hier zusammengeschlagen Ja, du bist doch gut bewaffnet, gut ausgerüstet Ja, ich hab grüne Stiefel an Ja, und? Besser bin ich auch nicht ausgerüstet als du Also komm, beschwer dich nicht Hallo, ich bin Bittman Bittman muss immer gut ausgerüstet sein Äh, das sind ein paar mehr Spinnen Und tschüss Leck mich Was heißt denn ein paar? Das waren so ungefähr 10 Ich hab genau noch einen Lebenspunkt gehabt am Ende des Kampfes Spektakulär, aber gewonnen Ha! Ein gutes Pferd springt nur so hoch und... Ach, leck mich doch Ein gutes Pferd Ähm Joschmann, meinst du du kommst noch vorbei oder soll ich's abbauen? Äh, du siehst mich doch auf der Karte, wo ich bin Ja, ich krieg hier wieder Spinnen, ich bau's mal ab Ehe wir's nachher nicht wiederfinden Ja, dann bau's ab Dann brauch ich ja nicht vorbeikommen Natürlich, hier lohnt sich das, hier ist eine Spinnenhöhle Ja, sowas haben wir noch ganzes Leben noch nicht gesehen Cool Komm, Coili, wir machen hier andere coole Action Genau Gehen wir weiter runter? Ich hör, ich hör Joschmann so sagen Joa, ich komm ja auch wieder hierher und so Hmhmhm Ich war zur Zeit nicht so wieder kurz da Ist das der Bip, ich bin nur geil auf Screentime? Ja, klar Achso Oh, Muddi kommt Ich seh schon wieder Ganz fies Muddi Ja, die Muddi kommt Warte, irgendwo hab ich doch mein Schwert Ja, warte, warte, warte Du solltest das vielleicht erstmal abwarten Jetzt Die kommt eh nicht rein Ich sag doch, die kommt nicht zu uns rein Die mag uns gar nicht so gern Sehr gut Ich hab alles nur ein Gold Hey, ist da Oh, warte, guck mal Ich seh das immer noch Da bei dem komischen Skelett da vorne ist doch so ne Holzkiste Wollen wir die nicht haben? Ne, das ist keine Holzkiste Das, da hab ich mich einmal verdrückt Das war einfach nur ne Woodwall Also ne Holzwand Achso Sieht aber auch fast aus wie ne Kiste Also Wand, Kiste Oh, ja, also du kannst, wenn du Bock hast, kannst du die nach oben arbeiten Ist da Gold? Ne, aber 10 Vielleicht brauchst du's ja noch für deine Rüstung Hallo, ich krieg ne goldene Brustplatte Hat mir Bob schon fest zugesagt Was? Äh, da guck mal da, der Joshman kommt Screentime, ich muss mal eben zu Joshman Wuhuuu Ja, du kannst mir hier aber auch helfen, aber nein Ich komm nicht rechtzeitig Ich komm nicht rechtzeitig Ich probier's natürlich Ja Ich bring noch ne Big Mama mit Woah, woah Da war viele Steine Ich sag's doch Da oben sind richtig viele Steine Ja, ey komm, man muss natürlich auch reinlaufen Guck mal hier Hui Gesehen? So geht man da durch Ich merk schon, ihr habt richtig Spaß da oben Hier holen wir uns, oder? Ja Ja, du Du, Charity, du hast da richtig Spaß dran Aber die Spinnhülle ist ziemlich cool Also ich würd euch empfehlen, euch das mal anzuschauen Ja, ich bin gleich da Boah, wir sind neun Und hier ist Gold Ja, wir sind echt weit weg von dir Ich bringe Gold gehört Gold Gold für eine goldene Brustplatte Ja, tut mir leid, Joshman, komm schon mal bitte Ich geh nicht zum Bob Und ich bin mir sicher, der Bob erzählt das auch nicht einfach nur so Natürlich nicht Ich kann in dem Gold baden Ja, der Bob erzählt viel, wenn der Tag lang ist Ich hab nur noch 31 tp Joshman, jetzt mach mal was, du hast ne Rüstung an Du hast genau so ne Rüstung an, auch wenn deine nicht so cool aussieht Hallo, ich hab... Also ich hab ja auch... Joshman, was machst du denn da? Was war das? Ja, das kommt davon, wenn man BIP nicht hilft Kleine Sünden, bestraft den liebe Gott sofort, ne? So, ich würd sagen Spinnenhülle, Joshman Keuli, was war das? Keine Ahnung, was das war Du bist nicht gesprengt worden Das ist ne ganz normale Reaktion auf Gemeinsein mit BIP Achso Ich würd sagen, das war eine dicke Sprengpfanne oder sowas, ne? Keine Ahnung Also heute ist nicht mein Tag, echt nicht Dein Kill-Counter geht ganz schön steil nach oben Ja, so häufig bin ja nicht mal ich gestorben Das soll schon was heißen Ey, was ist denn heute los, ey? Der Keuli über uns ist so ein Wikinger, ne? Hast du gesehen? Ja, ja Ja, den holen wir uns Der kann nix Ist das ein Wikinger? Weiß ich nicht Ja, irgend so ein komisches Schmock Ja, der ist sogar alleine ohne Wasser Was ist da denn los? Was ist das denn? Achso, das ist da Ich wollt grad sagen Was ist das für ein Zepter da? Ich hab ja schon wieder 61 TP 39 TP Ja, das war Teamwork Ja Irgendeinen geheim tollen Schatz könnte diese blöde Spinnenhülle doch mal haben Ich denk, da ist ganz viel Gold, Bob Ja, Gold ist hier Aber ich dachte irgendwie so ne besondere Vielleicht noch so ne dicke Mutterspinne oder so Ey, Keuli, wollen wir uns noch den Weg zu Bob machen? Ich glaub, der verkackt da hinten Ich glaub auch Wir müssen da mal kurz Hilfestellung leisten So, guck mal hier Hat Bob jetzt so lange rumgeheult, bis alle zu ihm kommen, oder was? Ich hab doch gar nicht geheult Wir gucken mal, was so die Spinnen jetzt so sagen Ich guck mal, was ich da mit meinem Goldschwert wechslaschen kann Ja, also Spinnen sind relativ viele tot Ja, ja, auf einmal, ne? Am Ende ist es los Einmal sind sie alle tot, ne? Ja, wir gucken mal Ah, da hinten ist ja noch mehr Ton Oh, naja, egal Lassen wir stehen Kören wir später nochmal vorbei Reisemusik, wir brauchen Reisemusik Was ist das denn für ein komischer Freak, der... Wer ist gerade ins Wasser gefallen, um den man will Wer ist gerade ins Wasser gefallen? Wer ist auch gerade ins Wasser gefallen? Oho Also ich hab's hinter mir Ja, das seh ich auch so Los Du bist relativ nah bei mir, also ich flute gerade diese Kammer hier, ne? Ja, ist gut Das wollte ich dir nur sagen Ich, äh... Ich leite es weiter, sag ich's mal so Warum flutest du die? Hier ist die Spinnhöhle übrigens Ja, weil ich flute die, weil ich Bock drauf hatte und ich musste hier runter Und da war Wasser am Weg Ja, hier ist die Spider Hole Yay, spinn Ja, die sind scheiße Also nicht so cool So, ich mach mir jetzt erstmal ne fette Rüstung und so Ich hoffe ihr habt gut eingezahlt, damit ich mir ordentlich was bauen kann Doch, da hat noch niemand was eingezahlt Ich war oft oben und, äh, ich hab trotzdem nie was eingezahlt Rade, ich zahl jetzt erstmal einen Geldstein für euch So, jetzt mal mal gucken Oh, also die Rückwege sind ja auch anstrengend, ne? Die Hinwege sind entspannt, oder was? Ja, die sind zumindest entspannter als der Rückweg Die muss man sich immer erst bauen Oh, was ist das denn? So Ja, geil, ich baue mir natürlich keine Rüstung, sondern ne Rüstungsstatue Na, klar Ja, brauchst du ja auch bestimmt Überflüssige Sachen bauen Presents Nur großer Vase, find ich auch sehr schick Wow, 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 nicht wie du diese Scheiß spinn Oh, ich hab's gleich geschafft Kann man das nicht irgendwie mal schaffen, dass die... Ja, ich will so eine Spinnenmütige töten, sodass alle spinnen tot sind Aua, 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 so Das wär's mal Oh So, wo ist denn jetzt... Ah, wo Spinnen sind Ja, ich seh sie Das kann ich dir sagen Hab's sie gesehen War doch ein Ausflug wert, oder, Coily? Ja, ja, ich bin noch da, also von daher Sind vor allem die ganz schön groß Ich möchte hier eigentlich nur noch weg Oh, hier ist ein Crystal Heart Oh, ja, stimmt Dann bau dir das mal ab Ja, ja, nur kein Crystal Heart für Bilb Der braucht sowas nicht Ja, okay, der Ausflug war echt kurz Äh, Coily, was ist da passiert? Ja, es kamen plötzlich so drei Drei von diesen Zombies und ne Spinne Und das war dann irgendwie ungünstig Weißt du, in Coilys Geschichte werden das immer mehr Die ganze Armada und nur er hat sie aufgehalten Genau, das ist Coily Muss ja ein bisschen episch wirken, ne, also Wäre ja sonst langweilig Wäre ja sonst langweilig So, wie komm ich jetzt am schnellsten zu Bob und so Alter, diese Clips sind aber hart, das krieg ich ja nicht hin Ich sag's dir So, Bob, ich komm mal vorbei Lass dir erstmal irgendwas geben, womit du mehr Schaden machst Ich hab'n Goldschwert, das macht einen wahrsten Haftschmerz Er hat doch'n Goldschwert Dann komm mal, dass du möglichst viel aushältst Das war ja schon wieder Ja, ja, ich hab'n Zinnhelm und Zinbeindlinge, ne, also da passiert so schnell nichts Hust, hust Schnell zumindest nicht Relativ schnell, aber nicht so schnell Oh, Glibber Wie komm ich denn jetzt zu dir, Bob? Ich, ich glaub' ich bin grad' richtig gut unterwegs Wahnsinn 204 nur noch Ich hör'n dich doch schon wieder da Du kloppst doch auf irgendwas rum Ja, richtig, auf Gold Und das ist nicht ein Trömmelchen Für meine goldene Brustplatte Halt, ich krieg' hier ne goldene Brustplatte Da ist der Bob Guck dir das an und wer ist hier? Ja, das ist der Bib Guck dir mal ne coole Waffe an Woah, Alter, du hast aber echt ein langes Sein Ein Riesending, nicht nur in der Hose Ein Riesenschwengel Also, Bob Es gibt so Sachen, die, äh, man kann sich jetzt Sachen bauen wie ein... Also ich dachte, du kommst jetzt so Sachen, die sagt man nicht Ja, ne, wie... Saphire sind jetzt was wert Sagen wir's so Du kannst dir so was bauen wie ein Saphirhook Saphirhook? Ja Woah, da ist ne Sprungstehnte hinter dir, die er braucht Kannst du ja so einen Enderhaken bauen aus Edelstein? Ja Geil Ich mach das Enderhaken Ich bau das einfach mal So, wir gucken Schauen wir, was das so ist Aber ich hab ne Waffe mit Rückstoß Ist ganz gut Oh oh Der Hund ist ja auch so ein Party-Folk Also ich sag's euch mal so, ne, baut auf jeden Fall den Tankstehen ab Der ist nämlich gar nicht so schlecht Den was? Tankstain Help Luigi Was denn? Ok, hier stehst du einigermaßen sicher, regenerier erstmal Von oben kommt doch schon wieder so ein Scheiß-Typ Das mach ja nichts Schnapp ich mir Hast du jetzt nen Haken, Coili? Ja Dieser H hat doch nen Haken Da kommt nen Käfer von oben, Mip Boah, Alter Ne, der will aber zu dir Oh, Stein, 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 Stein Ich komm mal vorbei, warum, ich glaub das ist zu unsicher, da für dich alleine Da wollen die ganzen Steine immer Ich weiß nicht, aber ich würde behaupten Boah, hier schon wieder diese Mega-Oh, da sind viel zu viele Spinnen Ja, das sag ich dir Oh, Schrittdreck Ja, ich krieg die nicht tot Helft mir mal Bob! Helft! Wie sie alle um Hilfe schreien Wie sie alle um Hilfe schreien Ich kann nicht in alle Richtungen verteidigen Ja, alleine kriegt diese 5 Spinnen nicht tot Ja, ich bin auch unterwegs, es dauert nur ne Weile Ja, ich komm vorbei, ich geb gar nicht Ich komm auch vorbei, Mann Mit meinen 17 Trefferpunkten Es sei denn Ich bin nicht ganz so schnell wie Bob Eher gar nicht Wie viele sind das? Viele Okay, ein paar Spinnen weniger sind's schon mal Ich hab gesehen, wie Bob 2 geplättet hat Wie bist du da hochgekommen, Bob? Ich hab nen Haken Das freut mich für dich, Bob Ich weiß, aber irgendwie klingt das gar nicht so richtig ernst, du meinst Ich find's toll, was du da alles so kannst Ich bin wieder zwei blöden Steinfallen ausgewegen Heute scheint ein guter Tag zu sein, aber ich sollte es nicht zu früh sein Das ist nicht mein Tag Alle lagen wieder richtig gemein Guck mal, der Bodenschalter ist genau hier Ja, das sieht man doch Ja Screentime Wuhuuu Oh, Skeletttime Vielleicht ein Hook, ein Hook, ein Hook, ein Hook Nö So, ich grab mich jetzt hier durch Mach das Ich geh Oh, 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 oh Ja, geil Oh, ich hab deinen Absprung noch gesehen Nur die Landung Ja Ja, das ist schon geil, wenn man Äh, in so'n Spinnenwebel-Dingsbums Oh Immer sind die anderen schuld Immer Okay, wir müssen hier irgendwie noch runterkommen Hä, wie hab ich das mit der Karte hingekriegt? Jetzt hab ich die Karte dauerhaft im Hintergrund Das find ich nicht so cool Oh, ich hab auch irgendwie die Karte ausgeblendet Ah, da Auf Tab Auf Tab kannst du die einzelnen Einstellungen einstellen Ah, so Jetzt soll ich auch wieder da sein Ja, ich hab dich, was war los? Nehmen wir ein paar Filme geguckt Ja, ja, ganz nebenbei Hab was, hab's was geguckt? Da kommt ja eigentlich nur ne, ne Dokumentation in Frage Der Herr der Ringe Ja Die Super Extended Version Ja Ja, zwölf Stunden einfach mal Längere Laufzeit Ja Übrigens, Bob, so sieht das, so sieht das bei mir aus, ne? Ich hab wirklich so ne dicke Perlenkette da Ja Du hast ne dicke Perle Alter Dein Ernst Zeig doch mal deine dicke Perlenkette Warte mal, ich baue mir auch so eine Wie kann man die sich bauen? Du brauchst, äh, 15 Saphire Bring mir nur eine mit Ja, ich brauche auch eine, man Hallo? Kommt doch so viel irgendwann hier oben wieder vorbei Hallo? Aus ganz vielen liebes Ja, bring doch einfach einen mit Geh doch Mein Auto und so Ja, wo sollen wir denn die ganzen Sachen herbekommen? Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt Wieso, was brauchen wir denn? 15 Saphire Achso Ja, ich hab den Pilzmann Ja, ich hab den Pilzmann Dann wirst du ja wohl 15 Saphire abkriegen Keine Ahnung, weiß ich nicht Schützfragen Ja, so, äh, mit den anderen geht's nämlich schon gar nicht Und wir haben da gar nicht 15 Saphire Mit den anderen geht's nicht Anscheinend nicht Oder wo dran hast du's gemacht? Am Ofen oder am Ja, ja, genau Warte mal Musst du nicht am Amboss machen? Ne, Toppers Hook Da, ja, das passt Geht das mit den anderen? Ja Einst mit neuen Baum? Ja Bist du cool drauf? Ja Ja Guckst du in Dokumentation wie Keuli? Ja Ich hab jetzt zwei Mutterschleime und Keuli Ich baue da oben mal ganz gemütlich Steine ab Steine sind toll Das war ein starker Wurf Keuli Stark Also der war echt großartig Aber meine Waffe räumt hier echt auf Stimmt Hast du die schon gesehen? Ja, ja, ich hab's schon gesehen Die sind wie so ein Pfeil, ne Ja Die ist echt Stärke Wie viele Fackeln hast du noch, Keuli? Oh, ich kann noch ein paar bauen Also der Hook rettet ja schon mal Leben Der Hook rettet Leben Naja, da wär ich nämlich grad eben nicht mit verreckt Oh, ich hab noch 90 Das hättest du mal Keuli sagen sollen Der hat eben richtig geil Ne absolute Unskillung gemacht mit dem Hook Ja Der Hook hat jetzt nicht so gesessen Ja, das ist blöd Ich bin in ne Spinnenwebe reingesprungen Und damit ist halt der ganze Schwung weg Goldene Truhe für Bobby Wieso hat es dann nicht mal ne Truhe für Bip? Weiß ich nicht Was ist das denn? Two Spikes? Ermöglicht die Fähigkeit abrutschen Wände Ja, das hatte ich doch auch War Ich glaub ich hab hier solche Geisterwahl Was ist das denn das? Der macht mich hier auch gerade ziemlich platt Was macht dich platt? Muss nur noch ein bisschen beeilen hier Was macht dich platt? Ja, irgend so ein komischer Geisterwurm Der hier durch die Wände springt Und sich lustig fühlt Ich guck mal wo er kommt Von woher ein Wurm? Ja, jetzt kommt er nicht mehr Jetzt hat er Angst Da kam so ein Kürniskrieger an Ich würde aber mal sagen Wir könnten noch mal idealerweise den Part beenden Jetzt ganz kurz bevor Josh Guck mal hier was ich kann Wie der da ist Ja, total cool Ich freu mich Dann würde ich sagen Guck mal wie ich das kann Gerne Dann sehen wir uns gleich im nächsten Part Juhu Meine Tupo für Bip Doch nicht Bis gleich Bis der Nö Bis gleich Ciao